Und damit hallo und herzlich willkommen zu! See you thieves! Arrrr! Zeug zurück! Wir bringen das Zeug zurück! Okay! Was ist mit dem Schädel? Ich hoffe den hat Tobi mitgenommen! Ja, ich höre nicht, Herr Tobi das! Kommt jetzt mal zurück, er rennt in die Falten! Ich hab den Schädel nicht gesehen, Herr Tobi! Was? Richtung Schiff ist die falsche Richtung? Was ist das denn? Du bist, nur bis, ach komm, Doktor, Enke, komm, hoch, weg! Aua! Die sämlige Schlange schafft es über das ganze Deck drüber, ey! Hab ich gesagt, ja! Warum liegt wohl alles woanders? Die Sprengpässer liegen da vorne! Deine Mutter! Ich sehf da schon wieder da rein, also der ist eh nicht zum helfen, also ich kann dir auch nichts für. Ich finde das ziemlich geil, du müsstest eigentlich die Schlangen, du musstest eine ganze Armee aufstellen, um deine Schädel. Oh, ich bin schon wieder rausgeflogen! Das macht keinen Spaß mit dem heute. Packst du ne... ne Kiste mit ner Schlange und ne weinende Schatzkiste beim Gegner aufs Schiff, ne? Nö, also du musst einfach nur unterstacken, musst du 5, 6 von diesen Schlangen aufstellen, dahinter versteckst du deine Schlangen. Wenn du runterläufst, machst du Musik an! Du weißt es ja! Aber wenn du dich dann ändern wolltest... Ey, der kriegst gerade echt nen Hals! Ja, das ist... die Telekom gerade bei dir! Hmm... Ich glaube, er... Dass deine Hausgemeinschaft Pornos guckt! Oh, ich glaube... Oh, das kann schon so! Du glaubst? Ja, ja, warte mal! Ähm... Ähm... Ja, ja... Ich glaube, ich trinke noch mal wieder... Aber... Äh... Was macht der? Plunder Valley! Direkt neben uns ist die... Äh... Insel, wo wir mit der Schatz... Mit der... Mit der Flasche hin müssen! Mit der Flaschenpost! Äh... Sag mal einfach den Kurs! Äh... Neur Osten! Okay, mach ich! Die, wo das Schiff da steht... Die, wo das Schiff da steht... Weil das Schiff... Weiß ich nicht! Ne, das ist eine Insel! Das steht immer da! Okay! Oder? Hehehehe! Oder? Ja, ich glaube, noch können wir die nicht so sehen! Ja, das ist einer von diesen Holztürmen! Der schaut immer so... Okay! Ich hab nur den Umriss gesehen! Ja, ja! Ein Doktor hat die Party verlassen! Ah! Gut! Dann kann ich jetzt beitreten! Das ist eine Party! eh beigetreten! Ah! Es ist echt grad zum Kotzen! Wir sind aber sonst noch eine Stunde, dann haben wir sie eh! Und jetzt, wenn du voll nach Osten einschlägst, fahren wir genau drauf zu! Mach ich! Ja! 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 Oh nein! Oh nein! Ja! 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 �도! crew nicht vorhanden sind nach steuerbord ist nach steuerbord ich lade ihn mal kurz ein bevor er durchdreht hart steuerbord jetzt mal wenn ich party beitreten will dann kommen party gibt es nicht es ist hat ihr hart ja ich hab's ich hab auch auf ok gecheckt mal gucken was passiert ja wenn wir die kurve noch kriegen weil wir müssen müssten aber alle werden zu denken wahrscheinlich muss man um die insel drum herum fahren jetzt weil wir genau am entferntesten punkt jetzt gleich sind ja ich hab ja eben auch schon mal gesagt steuerbord aber da warst du ja gerade mit einladen geschickt dann erfahre ich nicht einfach um die insel rum was soll das ja eben deshalb you spin me round round rechts ist ein kleiner feld ich komme gerade nach hau ich weiß es habe hier abgemessen ich habe einen zollstock dabei das ist keine schiffstark nun und oder gibt es aber etwas sind also er hat jetzt soll statt dabei ich habe den Gliedermaßstab mit Zentimeteranteilung die Gliedermaßstab ich habe ein Schub leere die GmbH reicht nicht für die Größe das ist eine Spezial Schub leere die fucking Möwen wir werden beschossen ja ich höre es wo von der Insel aber von wo auf der Insel waren wir doch schon mal ja wir müssen jetzt einmal genau gegenüber liegen hast du gerade echt auf das Schifffrack geschossen kann ja passieren also die welche ja die m m den müssen aber leicht gegen den schatz du musst jetzt gleich Prozent fast da sein noch mal viertel umkreisung der insel und dann machst du wirklich kann man diesmal nicht meckern so jetzt können wir mal sehen rausnehmen jetzt hier vorne haben wir den strandabschnitt jetzt können wir den anker schmeißen gar nicht schlecht sicher dass das ds ich glaube wir müssen noch eins weiter alles gut alles gut vergesse können wieder zwei teams machen doktor ja rechts jeder hoch auf die anhebene weiter 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 jetzt kommen wir ein bisschen vor an die kippen ich würde ein bisschen unterhalb von diesen felsen würde ich graben ja genau genau da grabe hier mal da wo du bist habsen ja bin ich gut skelette ich gebe mal die abgehauen ja da eine rennt weg ok heute ist immer da unten ja karten lesen haben wir langsam raus ja bitte was habt ihr gemacht wer war vor ort hier wir waren alle gleichzeitig hier ja wir waren alle gleichzeitig hier ihr wart doch unten lang geraten dann seidest du ja nach oben ja ich habe geguckt und dann sind wir sofort hier hoch gekommen ja aber ich musste nicht mal auf die insel ich habe mir das angeguckt der dicke captain wieder auf dem schiff ich habe dich doch so hingelotst was willst du denn du hast nichts sag doch nichts alles so ich glaube noch eine runde vielleicht gibt es noch eine flaschenpost ja und dann abgeben mal eine runde ja ja nicht nicht ach ich fahr blind das kann ich am besten und müssen warten müsste da sind wohl können wir nicht oder wollte nachher die mehrjungfrau nehmen wenn ihr werdet findet dann nicht dann ist es nicht so gut ja ich bin der flaschenpost gut sind zwar ein paar Skilette davor aber Skilette mit Schrottlinden dann müssen wir wieder nach Südosten also hauptsächlich nach Osten und dann ein bisschen nach Süden super wo ist die ich guck mal will es gleich zu der wenn du willst auf dem Weg liegt nur deswegen die liegt nicht auf dem Weg dann nicht oder ist das Chickeneye ja warte mal nee das ist nicht Chickeneye Zelda SeaDog alle meine an Bord ich würde gern weil ich kommt soll wenn ich will es jetzt abgeben dann will ich zu diesem Weg versuchen wir das mal das kündigt sich nicht an und dann macht man es doch nicht Spannungsbogen wo ist Loki zuschauer binden neben Loki gesehen ich glaube sie müssen wir eigentlich gar nicht warten oder wenn wir eine Flaschen ja wir haben die Flaschen verstanden ja da hat er nichts zu mitnehmen ich bin vorm Schiff ich komme jetzt ok ich habe eine Abkürzung genommen hat sie durch die Welt gepackt ja ich habe den No Clipping Mode benutzt ja der coole Seefahrer hätte sie so ein Skelett gepackt und als Reit hier benutzt Schildkröten dann schau mal an den Anker und nach oben damit Loki ist an Bord was hast du gesagt wo wir hin müssen nach Osten Südosten ok also erstmal um die Insel kurz rum ja erstmal links ja nö 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 hat Osten gesagt einfach quer durch haha also ich sehe nichts dafür fahren wir halt jetzt volle Segen dann gehts ein bisschen schneller ihr müsst mir halt dann sagen wenn direkt vor uns was ist irgendeiner von euch alles klar? alles klar oh ja alter Schwede das sind aber auch besser baut es aber auch was ist das jetzt zählt die Fangen jetzt was wir auswerfen können einfach nicht so treibt die Samt nun jetzt haben wir auch gerade oi 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 aber gerade die Krise angenommen klar da ist doch gesägelhinkert richtig fett angespannt gewesen so muss es ja auch oh wir fahren auch gut ok wie weit ist der Außenbosten weg zu grob ne ich bin gerade nicht unten ok ne ich bin unten gerade jetzt mal Außenbosten Enzend Isles Grunde Außenbosten ok nach Südosten ok kommen noch ein paar Inseln zwischen uns oder ja wir fahren jetzt ein Chicken Isle schnell vorbei und dann fahren wir eigentlich direkt auf Plan Außenbosten zu und danach können wir sofort nebenan zu unserer nächsten Flaschenpost hinfahren nach Paradise Spring doch doch kein Wind mehr ja ziemlich flaut aber ich sehe auch keinen Raid mehr Gras ja solange wir jetzt brauchen bis wir da mit dieser Geschwindigkeit beim Außenbosten sind dann warten wir mal ab ne also der Kurs ist auf jeden Fall sehr gut wir sind dann gerade sehr langsam ja wir haben volles Gegenwind vollen Gegenwind wir bräuchten eine Obelix der aussteigt und warte mal auf Chicken Isle ist da nicht oder Chicken Isle was ist da die Schatzkarte Chicken Isle ne das ist Paradise Spring rechts daneben also das ist diese komische ja wie soll man das nennen so ein Hühnchenschläge so ein verkappter ja 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 genau das war ich das war ich ich sitze im Rostok und tu so als wäre ich wichtig Post ist da Essen fassen alle in die Kapitänzka Hüte ja Bezug ich hab Hunger bis auf Frühstück hatte ich halt auch nicht was ja bis auf Frühstück hatte ich jetzt auch noch nix aber wir haben auch gestern sehr viel gefordert oh Doktor hat die Party verlassen Fick doch das ey aber ich hab's grad gesehen mit ihrer Party ist ein Problem aufges... äh ich bin doch im Spiel ne ja bisschen oben ja ok der Geist vom Doktor uuuuh ja wenn ich jetzt wahrscheinlich irgendwas mach ne ja ich bin doch da aber ich bin doch da ja ja aber die Schädel sehen geil aus im Dunkeln Der neben mir? Ja Ich dachte, es wären zwei Nö, ist einer Der ist ein bisschen kaputt Okay Du hast ein Loch reingeschossen Kopfschuss Ja, ja, ich hab dein Loch reingeschossen Ich wette, sobald wir was abgeben, fliege ich wieder Scheiß Schlangen Was macht ihr auch immer da drin? Dann lockt ich einfach aus und lockt ich einfach wieder ein Mhm Ja, 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 ich hab mir die Idee Jetzt bist du weg Ja, ja, jetzt hab ich mir ausgelaut Soll ich dir einfach eine Alna damit erschicken? Ja Ja, wenn's gehen würde Jetzt Man muss da feinfühlig irgendwo zwischen reinklicken, dass das immer geht Heute ist echt der Wurm drin hier Ja, absolut Das ging jetzt auf Anhieb Hm Äh Ah, da kommt der Außenbosten nicht sehen Xbox mag mich gar nicht Man muss dazu sagen, dass Xbox ähm Plugin Für Windows 10 Oder wie auch immer das ich hier nennen soll Leute, ich sehe absolut nichts Also ihr müsst mich schon ein bisschen bergsen jetzt Ja, das so ist gut Gut, gut, gut Nicht weiter einschlagen Der Kurs ist gut Okay Wir können die Segel hochziehen Und haut gleich mal den Anker jetzt raus Ja Das war doch zu spät Ich hab bei jetzt losgelassen, aber der braucht ja im Moment Nein, ich muss hier raus Was sind? Wir machen Schlangen denn Ja, ja, ja Wir müssen Musik machen, dann tun die euch nichts Ich gebe jetzt Schießpulver auf Wasser ab So, eins, stopp Warte, warte, warte Ich mache sofort Musik Moment So, dann brauchen wir zwei Leute, die tragen Mit reinlaufen Ich muss erst meinen Co-Clear machen Guck, passiert nichts So, wir brauchen noch einen Träger Ja, doch Okay, dann Dann bist du bloß in der Nähe von der Musik bleiben Dann passiert uns nichts Wir müssen an die Leiter jetzt holen, oder? Schwimmer Ach, die Leiter Ach, zu der Seite Ah, warum lauft denn der Ach, gut Da vorne ist die Leiter Irgendwo seid ihr? Ja, komm, ist egal Nein, nein, sobald der weggeht, dann treißen die uns Die Musik muss immer in der Nähe bleiben Allein hat Ah, ich habe schon eine abbekommen Oh nein Ich bin wieder ins Wasser gefallen 21, 22 Ja Das ist jetzt nicht so, oder? Schlangen sind ja lukrativ, du meine Oh, also keine Plumpspiken ist da runtergefallen dafür Okay, also Schlangen ist die so einfangen, lohnt sich nicht Nee Aber jetzt haben wir es mal gemacht Ja, klar Ja, klar Ja, klar Ja, klar Ja, klar Na gut, wobei der Schießpulver könnte man auch für Angriffe verwenden Ja Machen ja auch viele so Ja So, der Schädel ist auch schon weg Ich habe noch die Cap'n's Chess Oh, hier ist noch ein Schießpulver Wow Wow Na jetzt haben wir noch irgendwas? Ich habe gerade noch ein Schießpulver auf was abgegeben Schaltet 10 Millionen frei Profi Krassige Kopfen gekauft Hoje Jawoll Gold, Junge, Level 15 Was haben wir freigeschalten? Verdiene 15.000 Gold Okay Mistikörper Ah, Handelsmatrosen Gewehrzugang zu den Handelsmatrosenerfahrungen Können wir jetzt kaufen beim Handelsmann Für 200 Oh, ich bin schon wieder raus Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten Was soll denn das? Ich glaube eher, dass es dein Rechner ist Ja, ich fahre ihn einmal kurz runter Ja Bis gleich Jo Bis gleich Oh, Goldmatrosen, man hat auch Zugang Jawoll Alle drei ein Level aufgestiegen Das ist doch schön Ja Ich interessiere dich in etwas Gold Geh, Kind Geh, Gold für alle 15, 10, 10 Lalalala 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 Guten Tag Oh, ein Gold Endermesser des Herrschers Die ist ja geil So schön golden Ich habe 14, 999 Münzen Ich habe 14, 999 Münzen Ich habe 14, 999 Münzen 21.600 Euro Ja, aber wer hat nur das Ding davon an und zum Pfiff gekauft, ne? Ja, das war irgendwie so ein verrückter Ja Wir kommen zurück jaja Ich wollte es eigentlich bei dir sagen, wo ist denn dasare Hexe? In der war ich heute noch gar nicht Gibt's auf der Insel auch Schweine? Ich weiß es nicht ob es jetzt ich Natürlich sind Ich glaube hier nicht Wär zu einfach, gell? Ja Wo ist denn .... die hexe hier die mit den schädeln beim felsen nach dahinten ok danke bitte sofort bitte da ich auch wenn man für keinen piast ok ich auch gleich ja und hier auch der zugang was schlecht rexen rips man hört sie wenn ich jetzt mal kurz hier die aufnahme wenden man hört ihn aber hört uns nicht ne ja ich höre euch wenn ich die die dinge an die boxen anmach mit dem kopfhörer nicht nein wahrscheinlich ist der akku leer aber ich höre kein echo also kannst du auch die boxen anlassen kein echo ist gut ja ich höre kein echo von den boxen liegt ja da zu einem guten mikrofon ja so ich habe eine eine geschickt bin auch gleich wieder da der rest ist gerade mal kurz aus klü ok oh 14.000 ja ich hab ähm du kannst jetzt überall neue sachen holen also dass du bessere angebote kriegst also bei allen drei also bei der mei das gleich kopfhörer sind gerade haben gerade den geist aufgegeben was ja irgendwie hast du irgendwie eine imp ladung abbekommen heute ist ja oder er läuft jetzt ist ihm einfach zu warm weißt du ich schwitze hier drin wie ein schwein dass er schlicht und ergreifend zu warm läuft das können gerade auch sein ich 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 du So, ich wäre wieder in See stechbar. Bei mir dauert es noch kurz. Dann muss das Crewbuch erst wieder aufmachen. Also mit den anderen Landratten. Ich bin auch wieder da, hab jetzt mal die Klimaanlage ausgemacht. Jetzt lief es ja ein paar Stunden. So, habt ihr euch alle denn, oder haben die, was da waren, sich schon die neuen Sachen gekauft? Nee. Für die besseren Items. Bessere Items? Ja. Hallo? Gibt es tatsächlich bessere Items? Ja, dass man bessere Schätze in sowas findet. Bessere Aufträge gibt's. Achso, ja. Aber ich bin noch voll mit meinen alten. Ja, dann schmeiß die alten noch weg und hol die neue. Da hab ich doch Gold für geteilt. Ja, das ist immer das Problem. Wir kommen eh nicht dazu. Also ich mach's jetzt eben. Ich kaufe mir dann Sachen, wenn wir dann losstechen immer. Weil... Ja, dann müssen wir's halt in Zukunft so machen. Weil ich muss dann jetzt auch zwei neue Dinger abbrechen. Wie geht's? Ähm... Nö, kannst du ja erstmal lassen. Nö. Was reicht ja, wenn da einer neue gekauft hat? Neue Aufträge. Am besten der Wackler, weil der hat ihren wenigsten Geld. Das heißt, wir haben dann mehr und können sammeln für was Großes, oder? W-was hab ich? Du hast dein wenigsten Geld, oder? Ja. Ja, jetzt schon. Ja, ja. Das heißt, wenn wir alle Geld ausgeben, macht's ja keinen Sinn. Wenn einer nur ihm das Geld ausgibt, dann kann einer dann... ...wahl was Großes kaufen. Ja. Mhm. Wo, wo? Ich hab' ne Anpassungsküste. Ich habe Probleme mit meinem Inventar. Willst du mich hier... ...ärgern? Vibe? Ich dachte dir mir eine Ausrüstung, dann muss ich halt uns erkehren. Mhm. Mhm. Neigst du nicht an deinem Rechner? Doch, kann schon sein. Ich dachte, wir kriegen schon wieder Probleme, deswegen. Ja, die Tuzzle wollte mich grad nicht... ...wollt mir ihr Angebot nicht zeigen. Ja, das konnte ich gerade leider nicht finden. Frag mich nochmal. Also... ...ich weiß jetzt nicht, ob's an meinem Rechner liegt oder an was es jetzt grad liegt. Oh ja. Ich bin nur grad etwas genervt. Merkt man fast nicht, du kannst das perfekt unterdrücken. Naja. Wir sind ja auch alle Meister der Schauspielerei hier. Ich hab' gerade einige Probleme mit meinem Inventar. Okay. Ich hab' vergessen, die Aufnahme abzubrechen. Das war die ganze Zeit nichts hier. Okay. Leute, die war's jetzt grad hier noch auf YouTube zu gucken. Wir machen hier mal einen Cut. Und mal gucken, was in der nächsten Folge passiert. Ich würde gerne den Raid machen, aber ich sehe einfach jetzt kein Raid-Symbol am Himmel. Dann holen wir uns halt erst den Schatz und... ...ich weiß ich nicht. Wir schauen mal. Bisschen doof so. Also denn, auf YouTube, Dankeschön. Auf Twitch, geht weiter. Tschüss. 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 Tschüss.